Tägliche Andachten von Derek Prince Gelesen von Daniel Tracy 25. September Gott ist immer das Ich Bin. Als Mose Gott fragte, unter welchem Namen er sich den Kindern Israel zu erkennen geben wolle, gab Gott ihm folgende Antwort. Gott sprach zu Mose. Ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, Ich bin, der hat mich zu euch gesandt. 2. Mose 3, Vers 14 Hier gibt Gott Mose zwei Formen seines Namens. Ich bin und ich bin, der ich bin. Dies offenbart die ewige und unveränderliche Natur Gottes. Gott ist immer Ich Bin. Er wird in keiner Weise durch den Lauf der Zeit, die nur ein Teil seiner eigenen Schöpfung ist, verändert oder beeinflusst. Für Gott sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft immer in einer ewigen Gegenwart vereint, in einem ewigen Ich Bin. Aus dieser Offenbarung, die Mose zuteil wurde, entstand die heilige Form des Namens Gottes, der aus vier hebräischen Konsonanten besteht und im Englischen als Yahweh wiedergegeben wird. Traditionell wurde dies als Jehova wiedergegeben. Moderne Gelehrte sind der Meinung, dass die Form Yahweh genauer wäre, was er ist oder alternativ er wird sein bedeutet. Einige Übersetzer haben versucht, die Bedeutung dieses Namens durch den Titeln der Ewige auszudrucken. Im Neuen Testament werden dieselben Wahrheiten über das ewige, unveränderliche Wesen Gottes in der Offenbarung an den Apostel Johannes auf der Insel Patmos dargelegt. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herrgott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Offenbarung 1, Vers 8 Alpha ist der erste Buchstabe des griechischen Alphabets und Omega der letzte. Somit ist das gesamte Alphabet der Zeit von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende in der Natur Gottes selbst enthalten. Der Satz, er ist und der war und der kommt, fasst Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft zusammen und entspricht damit genau der Offenbarung des Wesens Gottes, die Mose zuteil wurde. Ich bin, der ich bin. Sie können mir gerne das folgende Gebet nachsprechen. O Herr, danke, dass du mir diese wunderbare Offenbarung schenkst, wer du bist, dass du immer da warst, dass du immer da sein wirst, persönlich, real und lebendig für mich, besonders, wenn ich es manchmal für einen Moment nicht sehe. Danke, Vater, dass du immer für mich da bist und dass du immer für mich da sein wirst. Amen.